Siebenundvierzig Jahre ist es her, dass Gershwins Proge & Best zum letzten Mal an der Volksoper zu erleben war. Und jetzt ist es endlich wieder so weit. Das unglaubliche Meisterwerk ist wieder da in fünf Konzertanten-Aufführungen unter der Leitung des wohlbekannten, großartigen Dirigenten Joseph Oliferovich. Wie alle großen Meisterwerke des Musiktheaters erschafft Proge & Best eine eigene Welt. Es ist die kleine Welt der Ausgestoßenen, ein Elendsviertel von Schwarzen in Charleston, South Carolina. Und dort ist der Bettler-Porgi unsterblich verliebt in Bess. Aber er hat zwei große Konkurrenten, den brutalen Crown und den Drogendealer Sporting Life, dem Bess schließlich folgen wird. Das Größte an der Sache, die unsterbliche Musik des George Gershwin, in der buchstäblich ein Welthit auf den nächsten folgt. Das wollen Sie nicht versäumen. Porgi & Best an der Volksoperin.